Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diner und Gesandte ist. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, es ist eine unermessliche Freude, diese hübschen gläubigen Gesichter zu sehen. Möge Allah, sallallahu alayhi wa sallam, uns nur Licht in der Dunya und in der Akhirah geben. Und möge Allah, sallallahu alayhi wa sallam, uns Jawm al-Qiyama aus den gesegneten Händen des Propheten Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, am Wasserbecken trinken dürfen. Wenn die Menschen 50.000 Jahre unter der Sonne stehen, möge Allah, sallallahu alayhi wa sallam, uns diese Angelegenheit erleichtern. Und er ist in Stande dazu und niemand außer ihm vermag, dieses zu tun. Wir möchten heute, liebe Geschwister, in eurer geehrten Anwesenheit über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Ein Thema, welches uns alle betrifft. Und zwar Fehler, die bei der Reue gemacht werden und deswegen eine Reue auch von Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nicht angenommen wird. Und ein jeder sollte wissen, die Reue gehört zu den wichtigsten Angelegenheiten im Islam. Stellt euch vor, eine Person hat 20 Jahre gesündigt, 30 Jahre gesündigt, 40 Jahre gesündigt. Was ist seine Aufgabe, was muss er machen? Er muss Taube machen. So beweist er Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dass er eine ganz neue Seite beginnen möchte. Und genauso, wenn er dabei ist zu sterben, vor seinem Tod, womit sollte er nur diese Dunya verlassen? Mit der Reue. Das heißt, die Reue ist der Anfang einer Angelegenheit und auch das Ende. Und ein jeder muss wissen, wie man bereut, damit diese Reue auch bei Allah, sallallahu alayhi wa sallam, gültig ist. Natürlich, mit Sicherheit bin ich mir bewusst darüber, dass ein jeder die Regeln, beziehungsweise die Bedingungen von der Taube kennt. Erstmal, wie viele Bedingungen gibt es für die Taube, damit die Taube richtig ist? Wie viele Bedingungen gibt es? Nein. Vier, okay. Gibt es andere Zahlen? Zwei. Okay. Na? Drei. Drei. Also jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir drei und wir haben vier. Wer ist für vier von euch? Einmal melden, bitte. Das waren nur eine Person. Wer ist für drei Bedingungen? Und wer ist für zwei Bedingungen? Und wer ist für keine Bedingungen? Alhamdulillah. Ihr seid noch wach. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. In jedem Fall drei Bedingungen, die erfüllt werden müssen, wenn wir die Reue nehmen zwischen dir und Allah. Welche Bedingungen sind das? Erstmal. 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 Dieses im Herzen tief bereuen. Das heißt, dass man das tief im Herzen bereut. Und was heißt tief im Herzen bereut? Das heißt, dass man einen Hosen hat, eine Traurigkeit. Warum habe ich diese Sünde gemacht? Hätte ich sie doch gelassen. Ich schäme mich gegenüber Allah. Es geziemt sich nicht für einen Muslim. Habe ich jetzt wirklich bereut? Ich habe jetzt gerade meine Stellung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verloren. Dieses muss in deinem Herzen sein. Al-Husin. Die Traurigkeit. Die Gelehrten übersetzen Nadam als Husin. Als Traurigkeit. Deswegen, wenn du dieses in deinem Herzen spürst. Und subhanallah, ich mache dir eine frohe Botschaft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte in einer authentischen Überlieferung. Die manche vielleicht zum ersten Mal hören. Der Gläubige, der nach einer Sünde Trauer empfindet, bereut. Und der Gläubige, der nach einer guten Tat Freude empfindet, ist ein Gläubiger. Allahu akbar. Du bist ein Gläubiger. Du hast eine Sünde gemacht. Es war nicht schön gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Aber du hast diese Trauer, diese Husin in deinem Herzen gehabt. Und dann hast du gesagt, subhanallah, was bin ich nur für ein Muslim. Das bedeutet erstmal, dass du ein Muqmin bist, ein Gläubiger. Weil wenn dein Herz schwarz ist, wird dieses Herz bereuen. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yakzibun. Allah sagt über die Sünder. Aber nein, daraufhin hat sich Schmutz über ihre Herzen gelegt, für das, was sie an Sünden gemacht haben. Ibn al-Qayyim, rahimullah, sagt, was sehr schön ist. Er sagte, solange du, auch wenn du empfindest, dass du einen schwachen Iman hast, einen schwachen Glauben hast, solange du empfindest, dass du etwas nicht richtig machst gegenüber Allah, so besitzt du noch Iman. Denn wäre dein Iman nicht mehr da, würde es dich auch nicht kümmern, wie deine Stellung gegenüber Allah azza wa jala ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Und das sind die schönen Wörter. Wallahi, liebe Geschwister, ihr könnt Serien gucken, ihr könnt von mir aus Musiklieder hören. Das beruhigt nicht euer Herz. Schaut mal diese Aussage, wie das unser Herz beruhigt. Sprich, oh meine Diener, die ihr übertrieben habt in den Sünden, bis in die Wolken hinauf, verzweifelt dich. Allahu akbar. Manche Gelehrte sagen, das sind Ayat fürs Herz, Honig für das Herz. Du hörst manche Ayat, wenn du sie hörst, subhanallah, änderst du dich. Selbst wenn du in einem Zustand der Irre warst, in einem Zustand, wo du nicht ein reines Blatt mit Allah azza wa jala hattest, nach so einer Ayat schmilzt jedes Herz. Ein Herz, welches aber noch gesund ist. Möge Allah uns gesunde Herzen geben. Und dann gibt es Ayat, die sind wie eine Backpfeife. Ist es nicht endlich Zeit für die Gläubigen, dass ihre Herzen sich für das Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala zu uns wendet? Ist das nicht endlich an der Zeit, dass du anfängst zu praktizieren? Ist es nicht endlich an der Zeit, dass du dein Leben änderst? Ist es nicht endlich an der Zeit, dass du das, was du an Schmutz im Leben gemacht hast und was dich bei Allah nicht glücklich gemacht hat? Ist es nicht an der Zeit, das zu unterlassen? Deswegen, ihr Eichwort, An-Nadamu Tawbah. Wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Maja sagte. Und Sheikh al-Albani, rahimullah, sagt, dass sie sahih ist. Das heißt, wenn du diese tiefe Trauer hattest, eine Person hat Sinna begangen. Möge Allah uns und unsere Jugendlichen davor beschützen. Eine Person hat zum Beispiel Alkohol getrunken. Ihr wisst gar nicht, wie viele Fragen ich bekomme. Sie schreiben, ja Sheikh, ist es so, dass wenn ich Alkohol getrunken habe, 40 Tage meine Gebete nicht angenommen werden? Von vielen Praktizierenden kriegen wir das. Warum? Weil das eine Fitna ist. Und sie wären nicht in die Fitna hereingefallen, wenn sie auch nicht mit den entsprechenden Leuten gewesen wären. Viele Leute oder die meisten Leute trinken in Gesellschaft. Das wisst ihr. Außer die, die schon wirklich durch sind, Alkoholiker sind. Die brauchen keine Gesellschaft. Ihre Gesellschaft ist Jimbim. Ihre Gesellschaft ist Raki. Auch wenn es keine Pfandflasche ist. Das ist ihnen egal. Sondern ihre Sorge ist nur, kriege ich den Anteil an Alkohol, den ich haben möchte oder nicht. Das ist natürlich ein schlimmer Zustand. Aber die meisten trinken in Gesellschaft. Lasse diese Leute. Lasse diese Leute, ja, Sheikh. Wer ist dir mehr wert? Dieser Alkohol, der dich ins Höllenfeuer bringt. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte in einer Überlieferung bei Tabarani. Er sagte, Alkohol, der Alkohol ist die Mutter von allem Übel. Weil wenn du Alkohol trinkst, wozu bist du danach in der Lage? Alles zu tun. Es gab Leute, die nach dem Alkoholrausch sogar ihre Mutter zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Deswegen, Alkubf, was wir hier besprechen, ist, dass dieser Alkohol übel und schlimm ist. Und er versetzt dich in eine Lage, wo du niemals sein möchtest. Al-Nadamu Tauba bedeutet, tief im Herzen musst du bereuen, was du gemacht hast. An üblen Sünden. Und die Gelehrten sagen, die anderen beiden sind eigentlich nur Begleiterscheinungen. Die müssen sowieso mit einhergehen, dass man, nachdem wir die Sünde bereut haben, sofort mit der Sünde aufhören. Was heißt sofort mit der Sünde aufhören? Für wen? Für Allah azawajal. Idris, eine Person hat viel Alkohol getrunken. Jetzt ist er zum Arzt gegangen und der Arzt hat ihm gesagt, hören Sie mal zu, Sie trinken, wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie eine Leberzirrhose bekommen. Er sagt, ich möchte sowas nicht. Und hört damit auf. Ist das gültig, ja oder nein? Warum nicht? Er hat das nicht für Allah azawajal. Eine Person hat Sinna begangen und hat dadurch Aids bekommen. Und jetzt sagt er, ich möchte keinen anderen mehr schaden. Mohammed, ist diese Reue gültig? Er hat es nicht für wen unterlassen? Für Allah azawajal. Das heißt, du unterlässt die Sünde für Allah azawajal. Und der letzte, dritte Punkt, der kann ich mir nennen, der hübsche Mann mit der Maske. Dass man beschließt, nie wieder zu Sünde zurückzukehren. Dieses ist, wenn die Sünde zwischen dir und wen ist? Und Allah azawajal. Das heißt, du hast gesündigt und Allah kann dir vergeben, was er dir vergeben will. Und er kann dir nicht vergeben, was er dir nicht vergeben will. Aber diese Angelegenheit ist zwischen euch beide. Dann kommt eine vierte Bedingung. Wem betrifft die vierte Bedingung? Nein. Dass man jemanden Unrecht antut. Denn bei Allah, du kannst Hassanat sammeln, wie viel du willst. Und so gibt es die Überlieferung bei Bukhari und Muslim, die ein jedes gläubige Herz erschüttern sollte von Abu Huraira radiallahu anhu wa Allah, dass er berichtete, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Er fragte, wisst ihr, wer der Muflis ist? Ich werde das Wort gleich erklären. qalu al-Muflis man la, qalu allahu wa rasuluhu al. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er fragte sie nach al-Muflis, nach einem Wort. Al-Muflis bedeutet, dass es ein Pleitegeganger. Er kann etwas besessen haben, aber dann mit einem Mal ist er Pleite geworden. Dann sagten die Sahaba als Antwort, al-Muflis man la dirham alahu wa la mata. Das ist derjenige, der keinen Dirham besitzt, weil sie haben sprachlich verstanden, und auch nichts dergleichen. Er besitzt nichts. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihm diese Angelegenheit zu erklären. Al-Muflis man ya'ti yauma al-Qiyam bi salatihi wa zakatihi wa sawmihi. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Das ist derjenige, der yaum al-Qiyam mit seinem Gebet kommt und mit seiner zakatum und mit seinem Fasten kommt. Und den hat er beleidigt. Und von dem hat er das Geld zu Unrecht genommen. Und den hat er geschlagen. Und den hat er sein Blut verlassen. Hat er Hassanat gehabt? Er hat Hassanat gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der kommt, yaum al-Qiyamah mit was? Mit Gebet, mit Fasten, mit Zakat und diesen Sachen. Aber den hat er beleidigt. Und den hat er sein Geld geklaut. Und den hat er geschlagen. Und den hat er sein Blut verlassen. Dann werden von seinem Hassanat genommen. Der Hassanat hatte. Das ist ein Beweis dafür, dass seine Hassanat gezählt haben bei Allah az. Es werden von seinem Hassanat genommen, bis er keine einzige Hassanat mehr hat. Aber er hat noch viel Unrecht getan. Wer sagt mir, was wird jetzt mit dieser Person gemacht? Nein. Mit der Person, die man Unrecht angetan hat, nimmt man jetzt auch. Denen, denen er gegenüber Unrecht angetan hat, so bekommt er ihre Sünden. Subhanallah, er hat keine Sinna gemacht. Aber der, der Sinna gemacht hat, den er Unrecht angetan hat, du kriegst die Sinna von ihm in deinem Buch geschrieben. Auhumillah. Das Alkoholtrinken von dem kriegst du in sein Buch geschrieben. So wird er alle Hassanat abgeben. Und wenn er keine Hassanat mehr hat, dann nimmt er die Sünden derer, denen er Unrecht angetan hat. Und ihr solltet wissen, werden alle unsere Taten gezählt? Nein. Es gibt Taten, die haben wir gemacht mit Riyad, damit die Leute uns sehen. Es gibt Taten, die haben wir falsch gemacht. Die sind ungültig. Wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, einmal ein Mann gesehen hat, die Überliebung ist bei Bukhari. Er sagte zu ihm, nachdem er gesehen hat, dass er falsch gebetet hat, Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Hat er gebetet? Er hat gebetet. Aber wie hat er gebetet? Falsch gebetet. Manche haben Riyad gemacht. Deswegen werden ihre Taten nicht gezählt. Manche haben ungültige Taten gehabt. Deswegen werden ihre Taten nicht gezählt. Was bleibt netto übrig von unseren ganzen Taten? Nur eine Handvoll Taten. Und dann, subhanallah, dann musst du die alle abgeben. Diese Netto-Taten, die dir übrig geblieben sind, die du mit Ikhlas gemacht hast. Und nach der Weise des Propheten, diese Taten musst du abgeben. Sie gehen an denjenigen, denen du Unrecht angetan hast. Und irgendwann wird diese Person genommen, der ursprünglich Hassanat hatte, ein Muslim war, Gutes getan hat, aber er hat auch gleichzeitig was Unrecht getan, mit seiner Zunge und mit seiner Hand. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte über die besten Muslime, das sind diejenigen, vor denen die Menschen sicher vor ihrer Zunge und vor ihrer Hand sind. Schaut mal, alle Dinge, die im Hadith aufgezählt wurden, hat er mit seiner Hand oder mit seiner Zunge gemacht. Daraufhin wird er in das Höllenfeuer hereingeworfen. Ursprünglich hat er Hassanat getan. Aber weil er Unrecht angetan hat den Menschen, werden seine Hassanat genommen und sie werden verteilt an die Leute. Subhanallah. Deswegen, wenn du jemandem Unrecht angetan hast, du hast ihn betrogen um Geld, du hast ihn geschlagen, du hast über ihn Riba gemacht, das heißt, du hast über ihn gelästert, dann hast du ein Problem. Es reicht hier nicht, nach der richtigen Ansicht der Gelehrten, dass du zwischen dir und Allah bereust. Warum? Wer ist im Spiel? Eine dritte Person. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, berichtet von Allah, in einem Hadith Qudusi, dass er sagte, O meine Diener, ich habe mir selbst Unrecht gegenüber angetan. Ich habe mir gegenüber das Unrecht verboten. Viele verstehen das nicht. Allah ist zu vollkommen, als dass er was ungerecht ist, subhanahu wa ta'ala. Und ich habe es zwischen euch verboten, Menschen, hat er gesagt, Muslime, Menschen. Deswegen, selbst wenn du einem Kafir etwas antust und dieser bittet Allah um Beistand, auch als Kafir, wenn du ihm etwas angetan hast, wird Allah, subhanahu wa ta'ala, das Bittgebet vom Kafir annehmen. Bist du verrückt, Abu'l-Bara? Wir reden über einen, der nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Nicht so, wie er glauben sollte. Höre diese Überlieferung, bei der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, Fürchte das Bittgebet von einem Unrecht Behandelten. Zu Unrecht Behandelten. Warum? Selbst wenn er ein Kafir ist. Weil, Unrecht darfst du nicht machen, gegenüber den anderen Leuten. Dass er ein Kafir ist, zwischen ihm und Allah, dafür wird er seine Strafe bekommen. Aber du darfst ihm kein Unrecht antun, weil Allah, das Unrecht unter den Menschen verboten hat. Deswegen ist es nicht erlaubt, dass du nur sagst, ja Allah, vergebe mir, dass ich den geschlagen habe, dass ich den sein Blut vergossen habe. Nein. Hier ist es wichtig, dass du sowohl Allah um Vergebung bittest, weil Allah dir das verboten hat, als auch die Person um Verzeihung. Und wenn man jemandem Geld genommen hat oder anderes, dann muss man nicht zu ihm hingehen und sagen, ich habe Geld von dir genommen, weil, dann wird es ein neues Problem geben. Sondern man kann das hinter dem Rücken wieder gut machen. Wenn du weißt zum Beispiel, wo er wohnt, wenn du zum Beispiel seine Kontonummer kennst oder Sonstiges, du hast ja sein Konto geplündert, wenn du das weißt, dann kannst du das auch von hinten wieder gut machen. Du brauchst nicht direkt hinzugehen, weil das ist Fitna, ohne Zweifel. So. Aber wir haben Angelegenheiten. Da reicht es nicht, dass du nur zwischen dir und Allah und dem Mensch um Verzeihung bittest. Es kommt noch ein Dritter dazu. Welche Angelegenheiten? Bitte. Wenn man bei einem Freund über ihn erzählt, über ihn schlecht redet. Nein. Bei welcher Angelegenheit? Das heißt, du musst bei drei Leuten sozusagen vorsprechen. Bei zwei Leuten vorsprechen, und bei Allah. Das ist, wenn du jemanden getötet hast. Ist das Unrecht auch? Ja oder nein? Das ist Unrecht. Das heißt, zwischen dir und Allah musst du bereuen. Dann hat wer ein Recht bei dir, den du getötet hast. und dann gibt es noch eine Person. Nein. Die Angehörigen von dem Toten. Sie können dir das vergeben. Sie können aber auch etwas anderes verlangen, was in einem islamischen Land nur praktiziert wird. dieses Beweis, dass du drei Dinge machen musst. Nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei Dinge. Deswegen, niemanden töten, inshallah. Können wir uns da auf einigen beenden? Auch nicht, wenn er schlecht gekocht hat. Wo ist der Koch? Auf jeden Fall. Inshallah, gibt es leckeres Essen heute. Ich wollte nichts vermiesen. So bleibt mehr für uns übrig, Mohammed. Alhamdulillah, wenn die Leute dann schneller gehen. Pass auf, liebe Geschwister. Dieses ist die Reue, die auch angenommen wird bei Allah. Natürlich, manche Gelehrte, die mehr als vier Bedingungen gezählt haben, sie haben auch Ikhlas dazu genommen. Das ist klar. Über diese Sachen brauchen wir nicht reden. Wer muss bereuen? Ein jeder. Schaut mal, was Allah sagt. In Surat An-Nur, Allah sagt, Bereut allesamt bei Allah subhanahu wa ta'ala o ihr Gläubigen, auf das ihr erfolgreich sein möget. Allah hat alle dazu aufgerufen zu bereuen. Abu'l-Bara ist der Sahabi in dieser Ayah gemeint? Abu Bakr? Ja. Omar? Ja. Uthman? Ja. Ali? Ja. Sind die Schüler der Sahaba in dieser Ayah gemeint? Auch die Schüler. Auch die Schüler der Schüler der Sahaba, wenn die Sahaba gemeint sind, dann erst recht ihre Schüler. Alle Gläubigen werden hier in dieser Ayah aufgerufen, dass sie bei Allah azzawajal glauben. Dass sie bei Allah subhanahu wa ta'ala bereuen. Und Allah azzawajal hat gesagt, ayyuhal mu'minun, nicht ayyuhal mu'dnibun. O ihr Gläubigen, nicht o ihr Sünder. Es gibt Leute, der macht vielleicht nicht diese Art von Sünden, dass er zum Beispiel Frauen hinterher guckt, dass er Musik hört, dass er Zigaretten raucht. Diese Sünden macht er nicht. Walhamdulillah. Aber wir haben andere Sachen, die wir machen. Unser Gebet ist immer das beste Gebet? Nein. Nein. Wir haben Unzulänglichkeiten gegenüber Allah azzawajal. Das heißt, wer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uns beigebracht hat, er hat so viel Istighfar gemacht am Tag. Wer sagt mir, wie oft? Es gibt zwei Überlegungen. Wie oft hat er Istighfar gemacht? Bitteschön. Du hast schon die höhere Zahl genommen. 100 Mal. Welche Zahl haben wir noch? 70 Mal. Überleg mir, wer der Beste aller Menschen hat 70 beziehungsweise 100 Mal am Tag. Warum? War er ein Sünder durch und durch? Nein. Sondern vielmehr hat er uns was beigebracht, dass wir uns ständig mit was beschäftigen sollten mit Istighfar. Allahu akbar. Und die Gelehrten, die Salaf, sie sagten, wer ein hartes Herz hat, kann es nur durch zwei Dinge erweichen. Das heißt, weich machen. Und die Herzen können hart werden, wie Allah azzawajal sagt. Daraufhin haben sich eure Herzen erhärtet. Mit wem redet Allah azzawajal? Mit den Gläubigen von Bani Israel. Daraufhin haben sich eure Herzen verhärtet, so dass sie noch härter, dass sie so wie Stein geworden sind oder sogar noch härter. Daraufhin. Danach. Ihr habt erstmal geglaubt und ihr habt die Wunder gesehen. Aber danach, subhanallah, habt ihr den Kuffer wieder in eure Herzen zugelassen. Diese Herzen, sie werden zu Stein. Und daher sagten die Salaf, daher sagten die Salaf, radiyallahu anhum, das beste Mittel, um die Herzen zu erweichen, sind zwei Dinge. Wer nennt sie mir? Was sind die zwei Dinge? Eins haben wir ja schon indirekt erwähnt. Musa, aus Hamburg. Einmal ist die Gefahr, um Vergebung bitten, und das andere ist, bitte? Machen wir das allgemein. Dhikrullah. Mit Dhikr ist alles gemein. Gebet ist auch Dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Musa, wa aqimis salata li Dhikri. Und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Und daher diese beiden Mittel, Al-Istighfar, Allah um Vergebung bitten, sowohl auch, dass du Allahs viel gedenkst, das sind die besten Mittel, um dein Herz wieder zu erweichen. Möge Allah, so soll uns allen weiche Herzen geben. Das sind die Bedingungen, liebe Geschwister, von der Reue. Dann lasst uns dazu kommen, dass es Fehler gibt, die Leute begehen, wenn sie bereuen. Ein Fehler ist, dass man die Reue nach hinten aufschiebt. Du sagst, Siniachi, warum bereust du nicht? Er sagt dir, ich habe noch, ich habe noch Zeit. Und dieses nennen wir im Arabischen Tazwif al-Tawba. Au-Tahir al-Tawba. Das heißt, dass man die Tawba, die Reue, was? Verspätet hinausschiebt. Das ist eine sehr üble Sache, liebe Geschwister. Du sagst zu einem, komm, bete mit uns. Er sagt dir, schau mal, ich habe eine Freundin und was bringt mir das Gebet, wenn ich jetzt mit dir bete und ich habe eine Freundin? Die Antwort von ihm richtig oder falsch? Ich will euch hören. Richtig oder falsch? Warum falsch? Es stimmt, er hat eine große Sünde am Hals. Das stimmt. Warum liegt er hier falsch? Bitte schön. Okay. Aber, wenn du ihm sagst, komm und bete. Er sagt dir, wenn ich bete, was bringt mir das? Was meint er mit, was bringt mir das? Verleugnet er das Gebet? Nein. Er sagt dir, was bringt mir das? Das heißt, ich habe sowieso eine Freundin. Also habe ich vom Gebet nichts. bete. Ich bete die Reue und darf dich zu machen. Und das Gebet hält vom Abscheulichen. Sehr gut. Dein Gelüst sollte dich nicht davon abhalten, die Pflichten zu unterlassen, sondern die Pflichten sollten dich davon abhalten, dein Gelüst zu unterlassen. Deine Pflichten sollten dich davon abhalten, dein Gelüst zu unterlassen. Warum? Weil, wenn du schmutzig bist, wie wirst du sauber? Nur durch eine Reue. Welcher wird dir sagen, ich will schmutzig bleiben? Die ist verloren, diese Person. Aber ein anderer, er säubert sich. Du sagst ihm, du bist schmutzig, mach dich sauber. Säubere dich. Dann erst weiß er, was auch Sauberkeit bedeutet. Aber einer, der nie sauber war, woher soll er wissen, was Reinheit bedeutet? Woher soll diese Person wissen, was Reinheit bedeutet, liebe Geschwister? Es gibt kein Zaubermittel, um seine Gelüste loszuwerden. Einer hat eine Freundin, einer trinkt gern den Alkohol, einer ist in Sitzungen, die ihm nicht erlaubt sind, er geht auf Partys zu Veten und so weiter und so fort. Es gibt kein Zaubermittel, um die Gelüste zu lassen. Das einzige Mittel ist, dass du dich anstreckst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَّا إِلَىٰ سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٌ Wer richtig am Seil Allah azza wa jall festhält, die Bindung zu Allah azza wa jall subhanahu wa ta'ala, so wird er zu einem geraden, richtigen Weg geleitet. Allah azza wa jall sagt, im Qur'an al-Karim, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Und diejenigen, die sich auf unserem Weg bemühen, denen werden wir unsere Wege leiten. Das heißt, es ist vorausgesetzt, du musst dich abnehmen. Du wirst nicht von der Sünde wegkommen, indem du nur sagst, ja Allah, hilf mir, das reicht nicht. Sondern du musst auch aktiv etwas machen. Das ist ja die Prüfung. Allah will sehen, ob du diese Sünde für ihn unterlassen möchtest. Und bei Allah, ich sage auch jedem, der sein Gelüst vor der Praktizierung der Religion bevorzugt, was heißt das? Das heißt, er hat eine Freundin, er hat bestimmte Freunde, er weiß, dass er bestimmte Eigenschaften hat, beziehungsweise Taten macht, und er sagt, ich möchte jetzt noch nicht bereuen. Ich sage dieser Person nur eines. Wisse, genau ab diesem Zeitpunkt, wo du die Wahl hast zwischen Allah und deinem Gelüst, hier kommt raus, welche Stellung Allah bei dir hat. Hier kommt raus, welche Stellung Allah bei dir hat. Subhanallah, als Allah subhanahu wa ta'ala über Walid ibn Murira gesprochen hat im Koran, in welcher Surah, wurde Walid ibn Murira nicht mit Namen genannt, aber er war damit gemeint, und das war der Vater von Khalid ibn Walid. In welcher Surah? In Surat al-Muddathir. Was sagt Allah a.s.w. Er hat dann abgewogen. Von der einen Seite, weiß ich, dass das die Wahrheit ist, von Mohammed s.a.w. Ich habe es selber mit meinen Ohren gehört. Von der anderen Seite, ich habe die Macht, er war einer der reichsten, wenn nicht der reichste unter den Mekaner. Dann hat er abgewogen. Und so gibt es viele, die wiegen ab. Meine Freundin oder Allah. Ist das nicht eine Sache, für die man sich schämen sollte? Ich frage euch, liebe Geschwister, ist das eine Sache, für die man sich schämen sollte bei Allah? Wie kannst du deine Frau abwägen mit Allah, dem König aller Könige? Das, was du bei deiner Freundin kriegst, du hast doch die Möglichkeit zu heiraten. Drei, vier Frauen darfst du heiraten. Und keiner kann dir etwas sagen, außer deine erste Frau, die wird dich töten. Aber theoretisch dürftest du es. Du dürftest es. Das heißt, subhanallah, du lebst mit deiner Freundin im Haram, dasselbe Leben ist mit einer Frau im Halal. Es gibt keinen Unterschied. Nur, dass das eine Haram ist, das andere Halal. Und daher, wiege nicht ab, zwischen deinem Gelüste und Allah. Weh dir. Wallah, ich warne dich und mich. Wehe uns, allen, dass wir abwägen zwischen unserer Freundin, zwischen dem Khamer, dem Alkohol, zwischen unseren Gelüsten, seien sie, welche auch immer sie sind, und Allah, dem Allmächtigen, dem Erhabenen, subhanahu wa ta'ala. Wehe uns. Tumma fakkara wa qadda. Faqutila kei faqadda. Allah sagt, faqutila eigentlich, darum tot ihn, wie er entschieden hat, bedeutet hier, wie falsch er gehandelt hat. Wie kannst du die Wahrheit vergleichen mit Al-Baten, mit dem, was falsch ist? Wie kannst du das tun? Das ist nicht gebührend für Allah subhanahu wa ta'ala. Daher, diese Art von Reue, diese Art, die Reue aufzuschieben, aufzuschieben, ist falsch, liebe Geschwister. Du darfst das nicht aufschieben. Und du solltest wissen, dass wenn du auch sündigst, zum Beispiel, du hast deine Freundin, zum Beispiel, du trinkst den Alkohol, zum Beispiel, du kiffst den Joint, du solltest wissen, du strengst dich für diese Sachen an. Richtig? Ja oder nein? Das ist alles anstrengend. Deine Frau will ein, deine Freundin will eingeladen werden. Du musst den Döner bezahlen, nicht sie bezahlen. Deine Freundin will neue Kleidung haben. Gucci-Tasche, Prada. Prada, war das ein Land oder eine Tasche? Ist dasselbe. Ich glaube, in der Stadt gibt es auch diese Taschen. Auf jeden Fall. Diese Dinge, dafür musst du dich abmühen. Höre, was Allah azza wa jalla sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan kamulaqi. Oh du Mensch, du mühst dich ab. Du mühst dich ab. Ja, sowieso, wenn du auch das Falsche machst, wenn du die Sünden machst, was machst du? Du? Du mühst dich ab. Ja, nicht subhanallah, dass du dich jetzt im Falschen abmühst. Ist es das wert? Du bemühst dich so sehr, um zu deinem Herrn zu gelangen. Und du wirst ihn antreffen. Subhanahu wa ta'ala. Du mühst dich sowieso ab. Darum mühe dich im was ab? Im Halal. Das ist besser für dich. Und daher eine Person, der ständig die Reue aufschiebt, wir sagen ihnen, du bist von zwei Sachen nicht befreit. Die erste Sache ist, wirst du überhaupt so lange, so lange leben? Gab es Leute, die der Tod einfach so überrascht hat? Sie sind schlafen gegangen und nicht mehr, und nicht mehr aufgestanden. Wie viele sind es, liebe Geschwister? Und die zweite Sache ist, du hast deine Reue nicht selber in der Hand. Wer muss dir die Reue gewähren? Allah Azza wa Jalla. Aber wenn du weitermachst, und das ist das, was du, glaube ich, gesagt hast, je mehr du mit den Sünden weiter fortfährst, umso weniger Lust hast du zu bereiten. Aber nein, daraufhin hat sich eine Schicht auf ihre Herzen gelegt, für das, was sie gemacht haben. Du bekommst ein schwarzes Herz mit der Zeit, wenn du so viel an Sünden machst, es wird schwärzer und schwärzer bis zu einem Niveau, wo Allah Azza wa Jalla das Herz versiegelt. Dann wirst du nicht mehr das Gute vom Schlechten trennen können. Redest du nicht mit manchen ursprünglichen Muslimen? Sein Name ist muslimisch. Er heißt vielleicht sogar Mohammed. Er sagt dir, wer sagt, dass Allah existiert? Hat er so ein schwarzes Herz? Er sagt dir, und wer hat dir gesagt, dass wir am Tage der Auferstehung Abrechnung legen müssen? Wer sagt dir so etwas? Diese Leute wissen nicht mehr, was die Wahrheit und was die Lüge ist, liebe Geschwister. Schaut mal, daher sollten wir wissen, dass wenn du die Reue verspätest, verspätest, du machst eine Sünde und verspätest die Reue, dann hast du eine neue Sünde. Allahu Akbar. Das ist vielleicht eine Sache, die manche Leute zum ersten Mal hören. Eine Person hat Sina begangen, diese Sina steht als Sünde. Aber dass du jetzt die Reue verspätest, verursacht was? Eine neue Sünde. Höre, was Ibn Al-Qayyim Rahimullah Ta'ala sagt. Er sagt, dass man sich beeilt mit der Reue, nachdem man gesündigt hat, ist Pflicht und zwar sofort. Ohne Zöger. Und es ist nicht erlaubt, diese Reue zu verspätet. Und wer auch immer die Reue verspätet, so hat er sich sündig gemacht mit dieser Verspätung, dass er es verspätet hat. Und wenn er seine Reue verspätet, ist für ihn eine neue Sünde hinzugekommen, dass er die Reue verspätet hat. Das ist die Sünde, was er gemacht hat, dadurch, dass er es verspätet hat. Um wie vielen ist das überhaupt nicht bewusst, dass sie dadurch eine neue Sünde verursacht haben. Bei ihm ist es so, er denkt, wenn ich jetzt für die Sina bereue, ist alles vorbei. Ich brauche nicht mehr, für etwas anderes zu bereuen. Ibn al-Qayyim beendet, Aber es bleibt doch noch eine Sünde für ihn offen, dass er die Reue verspätet hat. Subhanallah. Weil was ist deine Aufgabe, wenn du eine Sünde machst, dass du sofort bereust? Und diejenigen, die sich selbst Unrecht gegenüber machen oder eine Abscheulichkeit begehen, so gedenken sie sofort Allah. Allah beschreibt die Muhsinien, die besten Diener, möge Allah uns unter ihnen machen. Und schaut mal, wie gnädig und barmherzig Allah ist. Und diesen Hadith hören auch manche Leute vielleicht zum ersten Mal. Wir sollten uns schämen, dass wir die Reue aufschieben. Diese Überlieferung hat Imam al-Albani, Sheikh al-Albani, als Hassan klassifiziert. Sie ist umstritten unter den Gelehrten. Und nicht wenig Gelehrte haben diese Überlieferung als schwach eingestuft. Al-Albani sagt, sie ist Hassan. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung bei Tabarani in Mu'jam al-Kabir. Er sagte, der Gezante Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, inna sahiba shimali la yarfau al-qalama sitte sa'at anil abdi al-muslim al-mukhti fa in nadima wa istagfar allaha minha al-qaha wa illa kutibat wahida. Allah azawajal hat uns nicht nur Djinn als Begleiter gegeben, sondern auch Engel. Und wenn du eine Sünde machst und wenn ich eine Sünde mache, dann befiehlt Allah azawajal dem Engel, dass er seine Hand erhebt. Was heißt seine Hand erhebt? Dass er nicht schreibt. Wie lange nicht? Sechs Stunden. Wenn du innerhalb der sechs Stunden bereust, wird diese Sünde erst gar nicht erwähnt. Subhanallah. Allahu akbar. Aber wenn du dieses nicht tust, dass du innerhalb von sechs Stunden bereust, was ist dann das Ergebnis? Es wird dir als eine schlechte Tat geschrieben. Sallam herzich. Sallam herzich. Allahu akbar. Deswegen, wie können wir die Reue aufschieben, liebe Geschwister? Wir dürfen die Reue nicht aufschieben, sondern wir müssen sofort bereuen bei Allah azawajal. Das säubert auch unser Herz. Das säubert was? Unser Herz. Und daher sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Ibn Maja und Sheikh al-Albani sagt, sie ist sahih. Derjenige, der für eine Sünde bereut, ist nach der Reue, wie im Zustand, vor der Reue. Vor der Sünde. Bedeutet, du hast Sinna gemacht. Ich weiß, warum ich das Thema oft anspreche. Möge Allah uns allen vergeben. Also meine Handys sind voll mit drei Dingen, drei Sünden. Was denkt ihr, welche Sünden? Alkohol trinken, Sinna und und bitte? Drogen, ja, nennen wir das alles Hammer. Zinsen ist auch sehr oft, aber nicht so oft wie die anderen Sachen. ich meine jetzt von den Gelüstenen, klassischen Gelüstenen. Bitte? Glücksspiel ist auch dabei, aber was denkt ihr? Lästern. Lästern ist Thema Nummer eins. Der jenige, der bereut nach der Sünde, wenn er bereut, ernsthaft, so ist er im Zustand nach der Reue wie vor der Sünde. Er hat Sinna gemacht, dann hat er bereut und er ist dann nach der Reue wie im Zustand bevor er die Sinna gemacht hat. Bevor er die Sinna gemacht hat. Subhanallah, nach solchen Dingen, die wir hören, wie können wir so überdrüssig sein mit der Sünde und uns vor Allah nicht schämen. Der zweite Fehler, der gemacht wird, liebe Geschwister, manche unterlassen die Reue, weil sie denken, sie kehren eh wieder zur Sünde zurück. Ein klassischer Fehler. Ich sage euch, niemanden von uns hat Allah als Engel erschaffen. Und es gibt niemand einzigen, der seine Religion zu 100% praktiziert bedeutet, überhaupt keine Fehler macht. Wenn ich euch erzähle, Abu Bakr und Omar haben einmal einen heftigen Streit untereinander. Wer? Abu Bakr und Omar es gab Streit auch unter den Sahaba Einmal sagte Abu Dhar zu Bilal Al-Habashi Yabnas Saudat O du Sohn einer Schwarzen. Ihr wisst, es gibt ein anderes Wort, aber das will ich nicht nennen, mit N am Anfang. Er sagte zu ihm, O Sohn einer Schwarzen als Beleidigung. Der Prophet als er das hörte, hat er Abu Dhar sofort zu sich bestellt. Er sagte Du bist ein Mensch, der Jahiliya in seinem Herzen hat. Zu weh? Zu Abu Dhar? Lies mal die Vorzüge von Abu Dhar, wer er ist. Aber wir sind was? Wir sind Menschen. Saad ibn Abi Waqqas hatte einmal Probleme. Mit weh? Mit Abdullah ibn Mas'ud. Saad ibn Abi Waqqas war bekannt. Was hat Allah sofort von ihm angenommen sein? Ich bin mitgebet. Als Saad ibn Abi Waqqas diesen Streit mit Abdullah ibn Mas'ud hatte, hat er seine Hände geholfen und hat Abdullah ibn Mas'ud gesagt, bitte lass das, wir klären das untereinander. Weil er wusste, das Bittgebet von Saad ibn Abi Waqqas ist angenommen. Allah hat es nicht mal verzögert. Menschen, Probleme, normal. Aber der Unterschied zwischen ihnen und uns ist, dass sie diese Probleme was gelöst haben. Haben Sahaba Streit mit ihren Frauen gehabt, ja oder nein? Streit gehabt. Ein Mann kam einmal zu Omar ibn Al-Khattab in der Zeit, wo er Fürst war und Amir Al-Mu'minin, das heißt der zweite Khalif, und dieser Mann wollte ihnen von seinen Eheproblemen erzählen. Bevor er an der Tür geklopft hat, hörte er nur laute Schreie zwischen der Frau von Omar und Omar selber. Hat er gesagt, wenn ich mit meinem Problem dann ist er gegangen. Omar, als ob er gehört hat, dass dieser Mann kam vor die Tür, hat er die Tür aufgemacht und hat ihn zurückgerufen. Oh, du Mann, komm her. Er hat ihn zu sich bestellt. Er sagte, was begehrtest du von mir? Er sagte, ja, ich hatte Probleme mit meiner Frau gehabt, aber als ich deine Probleme gehört habe, habe ich gesagt, ich lasse ihn in Ruhe. Dann sagte er zu ihm, diese Frau da drinnen in diesem Haus sie macht mir zu Essen, sie wäscht meine Kleidung, sie kümmert sich um die Kinder, um die Angelegenheiten des Hauses. Soll ich ihr nicht verzeihen, wenn sie manchmal etwas ausfällig wird? Allahu akbar. Was hat der ein arabischer Mann gemacht? war Umar ibn al-Khattab radulam. Wer will über ihn sagen, dass er nicht männlich war? Aber so wie er männlich war, war er auch barmherzig. Daher wir sind alle Menschen, die nicht zu 100% ihre Religion praktizieren beziehungsweise Fehler machen. Wie der Prophet sagte, jeder von den Menschen begeht Fehler. Und die besten unter den jenigen, die Fehler begehen, sind diejenigen, die euch zu Allah zurückkehren. Die besten unter denen, die Fehler begehen, obwohl sie Fehler begangen haben, sie sind die Besten, wenn sie zu Allah zurückkehren. Wallah, ich möchte euch ein Hadith nennen. Ich habe ihn zig Male gelesen und gelesen vor Jahren. Ich habe nicht geglaubt, dass dieser Hadith sahih ist. Aber er ist im klassischen Werk von Imam Muslim. Sahih Muslim. In diesem Werk sind alle Hadithe authentisch. Wer war Imam Muslim? Das war der Schüler von Imam Al-Bukhari Rahim Allah Ich sehe nur die Berliner melden sich. Woher kommt das? Hm. Gehren scha'n. Höre diese Überlieferung an Abdullah ibn Amr radiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alihi wassallam lau anna al-ibada lam yudhnibu la khalaq allahu subhanahu wa ta'ala ibadan yudhnibu Wenn die Diener nicht sündigen würden, würde Allah sie hinweg nehmen und ein neues Volk bringen, welches sündigt. Allahu akbar Wenn die Diener nicht sündigen würden, würde Allah ein neues Erfolg beibringen, die sündigen. Aber hat er hier gestoppt? Nein. Nachdem sie Allah um Vergebung bitten, was macht Allah? Er vergibt ihnen. Wenn wir nicht sündigen würden, heißt das jetzt, dass wir absichtlich sündigen? Dürfen wir absichtlich sündigen? Schaut mal, es gibt auch eine andere Gruppe von Leuten, er sagt ja, wir sind sowieso Sünder. Sein Satz ist richtig, aber seine Absicht ist eine andere, eine teuflische. Passt damit, wir wollen nicht sündigen und dürfen nicht sündigen, aber wenn wir sündigen, dann bereuen wir. Der andere, er sagte, wir sind sowieso Sünder, also dürfen wir auch. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Nennt mir eine Ayah oder ein Hadith, wo es uns erlaubt wurde, zu sündigen. Ich fordere euch heraus, niemals hat Allah uns das erlaubt. Niemals hat der Gesandte Sallallahu Alayhi Wasallam uns das aber welche Tür ist immer offen geblieben? Die Tür der Barmherzigkeit und damit der Reue. Ist offen geblieben. Wenn du sündigst, du kannst an die Tür der Reue 24 Stunden bei Allah Klopfen. Ich sage dir, wir praktizieren die Religion nicht 100%. Wir können nicht sagen, erst wenn ich ein Engel bin, dann praktiziere ich. Subhanallah und guckt eine Schwester hat zum Beispiel den Hijab getragen. Nach einer Zeit hat sie ihn abgelegt und dann wieder angezogen und dann wieder abgelegt und irgendwann hat sie ihn abgelegt. Einer hat den Hamr gelassen und dann hat er ihn wieder getrunken und dann wieder gelassen und dann wieder getrunken und seitdem trinkt er bei und einer hatte ein Bad gehabt dann hat er sich den ab wenn du mit ihm redest dann sagt er schau mal es bringt nichts wenn ich sowieso sündige Subhanallah der weiß nicht dass Schätan ihm genau dieses eingeflüstert hat weil Schätan sagt zu ihm guck mal du spielst mit der Religion und es geziemt sich nicht gegenüber Allah mit der Religion zu spielen wer Schätan will Schätan das Gute für ihn Schätan kommt mit der Religion um dich von der Religion weg zu bringen Schätan kommt mit der Religion wie wenn er auch zu Leuten kommt die tausendmal Wodo machen möge Allah unseren Geschwistern einen Ausweg geben die was was haben er wäscht und wäscht und wäscht Haram der Ärmste er möchte es richtig machen aber er merkt nicht dass er seinen Arm schon mindestens 500 Mal gewaschen hat der Schätan was sagt er ihm du musst deinen Arm richtig waschen ansonsten ist dein Modo interessiert er er für diesen Diener der Schätan was macht er er kommt mit der um ihn deswegen aufpassen liebe Geschwister dieser was was ist eine schlimme Krankheit geworden Wallahi ich kenne in keiner Zeit dass ich so viele Anrufe und Nachrichten hatte wie was 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 ist unter den Leuten sehr stark verbreitet ich meine wir sind nicht seit gestern in Edad auch nicht seit 5 Jahren oder 10 Jahren vor 17 18 19 20 Jahren habe ich diese Frage vielleicht einmal im gesamten Monat gehabt jetzt ist mein Handy voll da und wenn du mit der Person redest er will wegkommen von dieser Sache aber nachdem du mit ihm das Gespräch beendet hast und denkst du willst sagen wirklich schnell drücken dann sagt er dir aber ich glaube nicht dass das so richtig ist du hast ihm die ganze Zeit alles erklärt mit beweisen alles drum und dran du fängst das ganze Gespräch nochmal von vorne und deswegen liebe Geschwister entschuldigt uns aber wir schaffen das nicht wir sind auch Menschen und haben auch unsere Pflichten dass wir mit jedem 2 3 Stunden am Tag reden das schaffen was wir ihm sagen zu helfen wir schaffen es auch nicht jeden zu erziehen wir können nicht 24 Stunden neben jedem stehen und sagen mach keine Sinne und trink keinen Alkohol und so weiter und so fort warum erstmal müssen wir sowieso uns selber erziehen möge Allah uns besser machen aber wir schaffen es nicht bei jedem anzukommen sondern wir sagen euch was ihr machen müsst und ihr müsst euch mit diesem Medikament selber erziehen das schaffen wir nicht 24 Stunden neben jedem zu sein wir hätten gerne die Schujuch 24 Stunden neben uns aber das ist nun mal nicht möglich und daher Schaitan kommt zu ihm und sagt ihm schau mal du spielst mit der Religion also lass das Ganze bevor du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala blamierst höre diese Überlieferung O Dina Allahs und diese Überlieferung hat Ibn Hajj al-Asqalani rahimullah ta'ala als authentisch klassifiziert oder beziehungsweise als Hassan Sahih und so gab es einen Mann Anna Rajulam kala ya Rasulallah ein Mann kam zum Propheten und sagte zu ihm und das ist eine Botschaft für einen jeden der sagt ja wie oft soll ich noch für eine Sünde bereuen ein Mann kam zum Gesandten Sallallahu Alaihi Wasallam und sagte Ya Rasulallah O Gesandte Allahs Einer von uns begeht eine Sünde dann sagte der Prophet dann wird sie auch aufgeschrieben wenn er eine Sünde begeht wird sie wird sie aufgeschrieben der Mann sagte dieser macht dieser macht wieder eine Sünde aber er bittet dann Allah um Vergebung dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Und dieser dem wird vergeben der erneut immer wieder immer wieder die Sünde gemacht hat und Allah wird nicht überdrüssig ihm zu vergeben bis dieser Mann selber die Lust verliert weiter zu berühren das heißt Allah ist immer bereit dir zu vergeben aber wo ist die Gefahr dass der Diener irgendwann aufhört um Vergebung zu bitten Allah ist immer bereit Annawawi Rahimullah Ta'ala sagte selbst wenn du eine Sünde tausendmal machst aber du hast immer die Absicht bei jeder Reue nochmal die drei Bedingungen wer wiederholt sie mir bitteschön im Herzen bereuen mit der Sünde sofort aufhören beabsichtigen nicht zu der Sünde zurück zu gehen wenn das deine Absicht zum Zeitpunkt der Sünde ist zum Zeitpunkt der Reue ist verzeiht mir wenn ich manchmal ein Wort falsch sage ihr könnt ruhig reinrufen Inshad wenn das deine Absicht ist zum Zeitpunkt der Reue dann kannst du tausendmal sündigen und eine Million Mal so sagt Nahwawi Rahimullah Ta'ala aber wichtig ist dass du die Bedingungen was einigst schaut mal Yahya Ibn Mu'ad Rahimullah Ta'ala einer der Tabellen Ibn Ma'in Auffa Yahya Ibn Ma'in er sagte etwas sehr schönes weil die Leute sagen ja was bringt mir das ich kehre immer wieder zur Sünde zurück zur Sünde zurück zur Sünde zurück da habe ich nichts Ich werde nicht zu der Sünde zurückkehren wenn ich bereut habe was meinte er damit ich habe beabsichtigt nicht zu der Sünde zurückzukehren denn vielleicht nimmt Allah meine Seele während ich dieses beabsichtigt habe und dann werde ich vor Allah auferstehen wie jemand der nie wieder eine Sünde gemacht hätte obwohl hätte ich weitergelebt hätte ich weiter gesündigt Allahu Akbar wie Abu'l-Bara praktisch du hast so viele Sünden gemacht der Schaitan kommt zu dir und sagt dir bitte Allah nicht um Vergebung du spielst mit der Religion und so weiter du sagst ihm Ausgut sei still dann bittest du Allah um Vergebung mit welcher Absicht dass du nie wieder sündigen möchtest das ist ja eine Bedingung von der Reue richtig denn vielleicht unmittelbar nach der Reue was nimmt Allah deine Seele und Allah bewertet dich als ob du nie wieder zur Sünde zurückgekehrt wärst obwohl hättest du weitergelebt Mohammed dann hättest du weiter kräftig gesündigt Allahu Akbar Absicht Absicht dann kommen wir zu einem wichtigen Punkt liebe Geschwister warum sollte ich bereuen und dann praktizieren viele die praktizieren sind schlimmer als ich habt ihr sowas schon mal gehört die mit dem Kopftuch ist viel schlimmer als ich obwohl ich kein Kopftuch habe kennt ihr solche Ausreden der mit dem Bad der trinkt Alkohol und so weiter und so fort Subhanallah die Ausreden sind viele von diesen Leuten letztendlich wollen sie gar nicht wollen sie gar nicht bereuen er sagt dir ich kenne einen der hat einen Bart aber er lügt und betrügt ich kenne ein Mädchen die hat ein Kopftuch aber sie geht mit jedem Jungen in der Schule aus hat sogar schon Sinna gemacht ich kenne jemanden der war bei der Hajj aber letztes Mal habe ich ihn in der Shisha Bar gesehen während er Alkohol getrunken hat dann sagen wir ihnen was hat das mit der Hajj zu tun was hat das mit den Riten des Islam zu tun mit dem Bad mit dem Hijab und so weiter und so fort einer sagt ja ich kenne sogar einen der ist praktizierend aber ungepflegt und sagt Subhanallah Allah Azawajal erwähnt eine Sache im Koran um die Eigenschaften der Kuffar zu beschreiben Allah Azawajal sagt und sie stritten mit Falschheit das heißt schaut mal ihre Art und Weise sie stritten mit Falschheit haben gestritten mit Falschheit auf das sie die Wahrheit damit widerlegen und das ist bei diesen Leuten Subhanallah genau dieser Punkt es geht ihnen gar nicht darum zu praktizieren oder die Wahrheit klar zu machen sondern sie kommen und schieben Argumente vor wie Musa Aleyhissalatu wassala er sagte zu den Leuten Allah befiehlt euch eine Kuh zu schlachten was haben sie gesagt erst mal wie alt soll sie sein welche Farbe soll sie haben sie soll kein Makel haben und so weiter und so fort ging es ihnen darum die Kuh zu schlachten sondern nur um zu zu diskutieren Allah sagt am Ende von dieser Unterhaltung fast hätten sie die Kuh nicht geschlachtet und das hast du bei vielen Leuten sie bringen die Falschheit um sich von der um sich von der Wahrheit abzurücken liebe Geschwister deswegen diese Leute die du kennst die Jasmin mit dem Kopftuch und Sinna macht das ist nicht unser Beweis in der Religion oder der Mann mit dem Bart der lügt und betrügt das ist nicht unser Beweis nehme dir einen Beweis mit dem gesamten Muhammad im gesamten Allah ist dir ein schönes Beispiel gegeben worden der Prophet ist der Beweis dann fragen wir diese Jasmin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam a'udhu billah hasha Sinna begangen oder wir fragen den Mehmet hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Alkohol getrunken oder war der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ungepflegt bitte nimm dir in ihnen ein Beispiel nicht an den Leuten die Leute sind nicht der Beweis und daher wir alle machen Fehler liebe Geschwister genau daher hat Allah subhanahu wa ta'ala uns ein Vorbild geschickt Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam es gibt noch viele Gründe ich möchte nur noch einen letzten nennen inshallah damit wir es nicht zu lang machen ein Punkt beim Fehler der Reue ist man sieht sich selber gar nicht als Sünder kennt ihr Leute du redest mit ihm er sagt so ist doch nicht schlimm der sitzt in der Shisha und redet mit einer Frau er sagt so ist doch nicht schlimm ich habe mit ihr über die Religion geredet ja Habibi und deswegen hast du Habibi Habibi gesagt weil du über die Religion geredet hast und deswegen hast du ihr so in die Augen geschaut er raucht er raucht eine Zigarette du sagst er sagt wie so ich bin kein Sünder Makro wie als wir einmal in Makkah waren hat mir ein Bruder erzählt ich habe das nicht mitbekommen da wo die Leute Tawaf machen ihr wisst ja die Kaaba möge Allah die Türen von Makkah und Madina so öffnen wie früher Allahumma amin ich vermisse Makkah und Madina das war immer so alle drei Monate konnte ich dort wieder Energie tanken aber Subhanallah es wurde uns jetzt über zwei Jahre verwehrt möge Allah also uns das wieder ermöglichen ich würde mich freuen wenn ich mal mit euch allen zusammenfahre und hätte ich das Geld würde ich euch alles spendieren aber ihr müsst selber zahlen auf jeden Fall wir standen die Brüder standen beim Tawaf unten und die Leute haben die Kaaba umrundet jedes Mal wie oft umrunden wir die Kaaba siebenmal sehr gut warst du schon bei der Umlage nein siebenmal und ihr wisst es ist sehr folgend zumindest damals jetzt nicht mehr jetzt kannst du den Stein von allen Seiten küssen aber du darfst nicht weil er kann sonst Corona bekommen auf jeden Fall es war proppenvoll liebe Geschwister und da war einer der stand an der Seite und hat geraucht A'udhu Billah dann kam der Ordner und hat ihm gesagt Haram weil er wusste der ist kein Araber also hat er ihm gesagt Haram das heißt Rauchen ist Haram er sagte Anahanafi ich gehe nach Anahanafi ich mache diese Leute denken der ist kein Sünder die denken er ist kein Sünder aber er ist ein Sünder aber wer hat ihn seine Tat verschönert Schaitan schaut mal was was Allah Azzawajal sagt siehst du denjenigen oder ist etwa derjenige dem das Böse ausgeschmückt wurde an Tat die er gemacht hat so dass er es sogar zum Schluss als gut ansieht er sagt das ist nicht schlimm das ist kein Problem nein das hat sogar einen Vorteil hier und da er sieht das als gut an warum weil Schaitan ihm diese Tat ausgeschmückt hat und daher liebe Geschwister wenn wir eine Sünde machen dann stehen wir dazu dann sagen wir möge Allah uns vergeben weil wir wissen das ist eine Sünde und nicht dass wir diese Sünde A'udhu Billah kleinreden oder sogar sagen das ist keine Sünde nur weil es nicht unserem Gelüst entspricht wie viele Leute heutzutage Musik hören und sie wissen genau dass Musik Haram ist Schaut mal Subhanallah in der Zeit von Ibn Abbas kam ein Mann zu ihm er sagte zu ihm Yabna Abbas was sagst du über den Gesang ist er Halal oder Haram Ibn Abbas einer der Wissendsten unter den Sahabern er sagte wenn Yawmul Qiyama alles zu Allah zurückkehrt was denkst du wird der Gesang mit dem Guten oder mit dem Schlechten zurückkehren der Mann sagte mit dem Schlechten dann hat Ibn Abbas ihm gesagt du hast dir selbst die Fatwa gegeben habt ihr das verstanden er selber weiß und wir sagen auch zu den Leuten die Musik hören würdest du wenn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam neben dir wäre auch die Musik hören würde er würde er nicht aber neben dir sagt er das ist Allah man muss sehr aufpassen wenn man so etwas sagt liebe Geschwister ist das keine leichte Sache wenn man über Allah Azzajal lügt und wer ist ungerechter als jemand der gegenüber Allah eine Lüge erdichtet ein Punkt nenne ich euch noch so ohne ihn großartig zu erklären ich kann jetzt nicht bereuen sonst verliere ich viel Geld oder meinen Job einer hat einen Dönerladen der hat Alkohol verkauft hat richtig Para gemacht vor allen Dingen mit dem Alkohol Fitna oder nicht Fitna und sein Fleisch war halal oder nicht halal nicht halal jetzt sagst du ihm du kannst so nicht weitermachen er sagte ich weiß aber erstens kriege ich kein Halalfleisch und zweitens der Alkohol macht 50 oder 60% von meinem Umsatz aus warum bereut er nicht wegen Geld wir fragen diese Person wenn du Jawmul Qiyama vor dem Höllenfeuer stehst hättest du genauso entschieden hatte er genauso entschieden jedes Mal wenn ihre Haut durchgebrannt wird sagt Allah im Höllenfeuer geben wir ihnen eine neue Haut die wieder durchgebrannt wird Al-Hasan Al-Basri Rahimullah kommentiert die Ayah Ibn Kathir sagt die Überlieferung ist authentisch er sagt 70.000 Mal am Tag wird die Haut durchgebrannt und wieder hergesteckt wenn er vor dem Höllenfeuer steht und das so sieht würde er genauso handeln in dieser Dunja Wallah er würde in Armut leben hauptsächlich dass er nicht wo reingeschmissen wird in das Hölle Möge Allah uns allen vergeben Möge Allah uns zu einer aufrichtigen Reue führen und Möge Allah uns nicht von dieser Welt gehen lassen bis er mit uns zufrieden ist habe ich etwas Gutes gesagt ist es von Allah habe ich etwas Schlechtes gesagt ist es von mir und von Aschaitan Möge Allah mir vergeben Ich muss euch ein Kompliment machen ihr seid wirklich sehr angenehme Leute die auch versuchen mich nicht viel zu stören beim Darst und das macht mir dann noch mehr Freude mit euch den Darst zu machen bevor wir jetzt eine Konvertierung machen und dann die Fragerunde liebe Geschwister morgen Inshallah hoffe ich dass ich diese gläubigen Gesichter wieder sehe mit einem wunderschönen Thema biiznillah ta'ala ähm ja ta'ala a a drennati die ta'ala ta'ala Vielen Dank.